Und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us, dem nächsten Part. Okay, los geht's. Ich hab in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Hast du noch was zu sagen? Ja, hast du. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen? Aber du glaubst das nicht. Ich glaub, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Ja. Okay. Ähm. Ich suche hier noch ein bisschen hier ab, bevor ich weitergehe. Ich weiß ja nicht mehr, wo alles lag. Ich hab hier ein kurzer Gedächtnis. Okay. Okay, ich glaub, hier lag gar nichts. Ich muss hier nichts suchen. Na, egal. Nur mal sicher. Ist immer besser. Äh. Ist hier vielleicht was? Ne, ist nix. Okay, dann gucken wir die nächste Story an. Was sie so zu sagen hat. Ja, da ist noch so ein Plakat. Was ist es wohl? Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen. Kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir was am, okay? Okay. Ey, da musste ich so lachen beim ersten Mal. Schlitzt er die komplett auf? Und wie, Mann. Das wär so, als ob man sagen würde, ey, was ist das denn? Noch ein Plakat von Twilight, hier zum Beispiel. Und? Frisst er die komplett auf? Das ist... Gehen wir durch die Gasse. Jetzt muss ich ein bisschen leiser sein. Der verdammte Truck. Ja. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Ein Truck. Das ist nicht schön. Denn der Truck hat was drauf. Ich will mich auch nicht entdecken lassen. 24. Hab eine verputzt. Woher hast du 24? Militärspind im Hotel. Von damals. Okay, weiter. So. Okay, scheiß drauf. Nein, ich hab deinen Arsch vor dem Zicker gerettet. Jetzt hören wir mal, was die sagen. Ja, ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh, Mann. Wie macht's dir das hier? Ich glaube, das schmeckt wirklich gut. Oh, Mann. Okay, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock hier rum so gammeln. Habe ich einen Backstein? Ja, hab ich. Einen Backstein hab ich. Ich hab alles. Was ich brauch. Okay. Ich werde hier entdeckt. Das weiß ich jetzt schon. Beim ersten Mal wurde ich entdeckt. Beim... Beim zweiten Mal werde ich auch entdeckt. Scheiße. Ich mach schon Fehler hier. Das hat er gehört, oder? Nee, doch nicht. Hat er wieder überhört. Das ist gut. Ich bin aufgestanden einfach. Keine Ahnung, keine Ahnung, warum. Und ich sag jetzt zweimal keine Ahnung, aber egal. Ähm, ja. Oh. Das war wieder knapp. So, den knall ich jetzt mal die Rübe weg. Genau. Scheiße. 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 Der kommt zu mir. Und? Der andere? Der andere kommt auch. Jetzt hab ich mich irgendwie verraten. Ich hätte den nicht abknallen sollen. Woher rennen die? Nimm den einfachen Weg. Wow. What the hell? Schieße auf Ellie? Okay, das bringt nichts mehr. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh Mann. Wo ist er hin? Oh Mann, da ist der eine. Wo ist der andere? Der andere, bitte. Und Schiss, Mann. Wo ist er hin? Oh Scheiße. Ja, oh Scheiße. Verdammt, Mann. Wo ist der andere? Jetzt, ich wurde eh entdeckt. Was schleiche ich hier rum? Jetzt schneller reingucken, was es hier gibt. Oh, verdammt, Mann. Irgendwie. Ich bin nicht so richtig gut drauf heute. Okay, los. Lauf. Lauf da lang. Ich hab keine Zeit. Oh, den hab ich gut gehedert. Der Pfeil ist immer ganz geblieben. So, was gibt's hier? Gab's hier überhaupt was? Nein. Nein. Okay. Ähm, bevor ich weitergehe. Mal gucken, wie meine Werkzeugen aussehen. Also, ob ich genug hab. Ja. Messer will ich jetzt noch nicht tunen. Okay, weiter geht's. Renn aber. Renn um dein Leben. So, jetzt kommen Gegner wieder. So, der kommt schon langsam. Okay, komm näher. Komm so nah, dass ich dich greifen kann, wenn du bei mir bist. Und, Schiss mal! Bam! In die Fresse. So, jetzt warten wir, bis der andere kommt. Der kommt jetzt ein bisschen schneller. Angerannt. Deswegen kriegt er auch hier die Punkern in die Fresse. Und, Schiss mal! So. Hat er was fallen lassen? Nein, hat er nicht. Lasst mich mal kurz überlegen, wo ich lang muss. Da muss ich mal lang. Okay, was ist hier? Munition. Munition. Oh ja, ganz viele Sachen. Das ist schön. So gefällt's mir. Ja, Messer hab ich jetzt bekommen. Ähm. Ja, bringt mir... Bringt mir aber überhaupt nix, das Messer. Egal. Wer weiß. Vielleicht find ich noch eins. Dann kann ich meine Nahkampfwaffe tunen. Und, ähm, ja. Was gibt's hier noch? Ich glaub' nix mehr. Jetzt müssen wir rennen, was das Zeug hält. Ähm. Verdammt mal. Bevor ich renne, tun ich doch mal die Nahkampfwaffe. Weil das hat einen bestimmten Grund. Da vorne kommt gleich was. Oder kommen die Fläche. Und die will ich schnell down machen. Genau. So. Da kommt noch einer. Okay. Den... Das war nix. Aber jetzt... Und jetzt kommt dieses scheiß Truck zu mir rein. Dann will ich mich wegballern. Aber das wird nix. Ich bin schon gesichert. Gesichert. Gesaved. Okay. Ähm. Wie geht's jetzt weiter? Äh. Wir müssen da hoch. Sind da Gegner? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ähm. Hab ich alles? Ja. Ich hab alles. Ja. Okay. Dann los. Äh. Das sieht mir aber nicht so ungefährlich aus. Ah ja. Dann müssen wir weiter. Da haben wir ein bisschen Flasche Alkohol. Können wir was... Ja. Ich dachte jemand hätte geschrien. Das war aber Joel. 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 So wird er ausgesprochen. Joel. Ich hab vor kurzem gemerkt, dass ich es öfters falsch ausspreche. Aber egal. Hat glaube ich niemand gemerkt. Nur ein paar. Joel. 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 Genau. Joel. J-O-E-L. Joel. Okay. Los geht's. Joel. Ähm. Da ist nix. Da ist nix. Oh komm. Ellie. Ellie. Du musst nicht hochschleichen. Du verpackst dir das ganze Game. Ich glaub's nicht. Beweg dich. Lass mich vor. Boah ey. Boah ey. Das glaub ich jetzt nicht. Jetzt bist du nicht... Ich glaub sie sind weg. Oh Ellie. So. Hier müssen wir weiter. Ja. Ja. Ich hab mich gefragt, warum der sich nicht dran lehnt. Hat etwas gedauert. Und da rein. Keine Angst. Hier sind keine Gegner drin. Noch nicht. So. Ganz viel Muniz... Äh. Wer... Na. Schrauben. Um die Waffen zu verbessern. Tabletten. Tabletten. Jetzt kann ich endlich... Oh ja. Okay. Brauche ich... Ja. Das brauche ich unbedingt. Jetzt gleich... Oder später kommt gleich was. Da werde ich's einsetzen. Öfters. Messern hab ich ja genug. Oder werde ich auch genug bauen. Noch in der Zeit. Bevor eine Tür wiederkommt. Eine neue Tür. Okay. Ich würd mal sagen... Ich geh hier weiter. Okay. Ja. Ich weiß schon was ich mache. Ähm. Ich mach jetzt erstmal ein Messer wieder. Zack. Und geh hier entlang. Und jetzt kommt gleich eine Videosequenz. Darum bin ich jetzt schon mal ruhig. Oh. Der Truck. Aber scheiß drauf. Ich bin jetzt mal ruhig. 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 Verdammt. John? Warte. Warte. John! Hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann hab ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch, hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Ja, zwei neue Charakteren. Henry und Sam. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Können wir den trauen? Wo kommt ihr her? Ich war beim... Als ich das erste Mal hier gespielt habe und so, war ich skeptisch. Ich konnte den irgendwie trauen, aber auch wieder nicht trauen. Also, ganz ehrlich. Ich wusste nie so richtig, ob man die trauen kann oder auch wiederum nicht. Aber... Wir werden es sehen. Ich... 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 Ich spoiler nichts. Ich wollte jetzt... Ah, ne. Das bringe ich jetzt mit. Okay. Irgendwie leckt das. Ah ja, ich habe ein Trainingsbuch wiedergefunden mit Molotow-Verbesserung und so. Gucken wir es mir gerade mal an. Trainingsbuch, Molotow-Verbesserung. Zack. Lesen. Bla, 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 bla. Umdrehen. Boom, baby. Okay, weiter. Ähm, was gibt es hier? Ah ja, da können wir wieder Sachen bauen. Okay. Ähm, ich gucke hier erstmal. Kann ich überhaupt was basteln? Ne, kann ich nicht. Gut, ich kann nichts basteln. Das ist scheiße, aber egal. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe... Ah, ne. Ich habe nicht alles. Ich war noch nicht hier drin. Vielleicht gibt es hier was. Vielleicht auch wieder nicht. Sieht so aus, als ob es hier nichts ist. Okay, Jul. Renn raus. Renn weiter. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Okay. Wir passen auf. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, ähm... Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der... Zack. Okay. Eine weitere Tür geöffnet. Und was haben wir hier? Munition, 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 Teile. Ähm. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Ah, Tabletten. Drogenabhängige sind wir. Ja. Okay. Sonst haben wir nichts mehr. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Oh, ich kann schon wieder was bauen. Ach ja. Äh, ja. Ich kann mich wieder tunen. Aber diesen Schleichmodus brauche ich nicht. Das langt mir, was ich habe. Ich spreche dir hier 100 Teile, 100 Tabletten, damit ich hier das nochmal verbessern kann mit Klickerabwehr. Aber jetzt habe ich nur 25. Mir fehlen noch 75 Teile. Wo könnte ich die ganzen Teile finden? Ach, die finde ich schon. Okay. Was haben wir hier noch? Ah, ja. Hier gibt es einen Comic. Das würde Ellie gefallen. Ja, ein weiteres, ein weiterer Comic. Ah, ich habe ja auch gesagt, am Schluss gucken wir uns die ganzen Comics an und lesen mal hinten. Oder besser gesagt, ihr lesen hinten. Hahaha. Als ob ich lese, hä? Hahaha. Dauert viel zu lange. Jetzt geht es ein Nanosekunden durch und fertig. Ähm. Ja, gehen wir weiter. Hm, na, rede dir nicht. Seid ihr so schweigsam? Ja, scheinbar. Okay, dann halt nicht. Halt, halt. Set mal immer leise. Weg von dem Fenster. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wegen dieser verdammten. Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nicht. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Ganz schön hart, ey. Wir nehmen nur das mit, was wir brauchen. Aber der hat recht. Der hat vollkommen recht, Henry. Da gebe ich ihm wirklich hier recht. Aber ein bisschen Spielsachen kann der Kleine doch haben, Mann. Der ist klein. Der ist erst 13 Jahre alt. Der wird 14. Ah. Egal, scheiß drauf. Aber im Prinzip hat Henry vollkommen recht. Okay, los. Beweg dich, Henry. Du bist lahmarschig. Gegner. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Wir wollten nochmal alles absuchen. Läger gehen, dass er nicht sitzt. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Und? Was machen die da? Ah ja, die kommen zu mir. Die kommen zu mir. Das ist nicht schön. So, warten wir mal kurz. Vielleicht kommt ja hier jemand endlich mal zu uns. Na. Wo bleiben die? Okay, dann laufen wir ein bisschen voraus. Oh, bewegt euch. Irgendeinen will ich noch down machen. Oh, das war knapp. Oh, ja. Voll Mist. Bock Mist. Ach, scheiß drauf. Wir stürmen jetzt. Oh, tschüss, Mann. Und wo ist der nächste? Da ist der nächste. Ach, scheiße. Okay. Bleib doch stehen. Ich tu dir doch nix. Hallo. Guck mal raus, bitte. Guck mich mal an. Ajo, ich tu dir doch nix. Ey, Alter. 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 Verdammte Scheiße. Aua. Wow, wow, wow. Gibt er mir, ey. Gibt er mir. Hat er mir gegeben, ey. Drecksau. Lacker. Nicht schlecht, Alter. Ja, nicht schlecht, sagst du? Alter, ich glaub, du hast was gekifft. Nicht schlecht. Ich geb dir auch nicht schlecht. Okay. Ich erledige noch ein paar Sachen hier. Na, ist hier überhaupt irgendwas zu erledigen? Hier gibt's gar nix. Ich kann nicht auf den Truck. Hier ist nix. Das hab ich verbraucht, kann man sagen. Den Knöppel. Dafür hab ich jetzt die Stange. Hier ist auch nix. Aufs Auto, bitte. Aufs LKW, bitte. Und da hoch. Und jetzt Achtung, Gegner. Ja. Oh, Mann, ey. Das war ja so klar. Okay, dann machen wir es halt anders. Auf harten Modus. Also eine Stufe härter als sonst. Für die... Das war jetzt eigentlich Scheiße. Oh, verdammt. Was ist jetzt passiert, ey? Oh, verdammte Sau, du... Ah, man hat schon. So. Okay, weiter. Wir haben keine Zeit. Zu verlieren. Aber wir müssen uns mal heilen. Ähm, wenn ich mich heile, mach ich auch ein neues Medipack. Na, komm. Tadaa. Neues Medipack. Okay, dann weiter. Moment, brauch ich das Messer jetzt? Nee, ich brauch's jetzt nicht. Okay, aber später. Später. Immer alles später. Ach, komm, scheiß drauf. Nee, jetzt noch nicht. Ja, hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht ihn nicht mehr. Kommt alle raus. Okay. Aber erstmal hier alles durchgucken. Komm hier doch. So. Jetzt. Ich. Okay. Jetzt. Auch so? Nein. Aber du bist 14, hm? Beinahe. Okay. 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 Ja, egal. Scheiß drauf. Ähm, jetzt erstmal Firefly-Anhänger mitnehmen. Danke. Und. Das war's eigentlich. Mehr findet man hier nicht. Hier, grad im Flur. Deswegen würde ich weitergehen und hole mir eine Note da hinten. Und das war's dann auch. Na, wo ist die Note? Note, Note, Note. Da ist die Note. Und was steht da drin? Hallo, Präsentationsraum. Note. Okay, was steht da drin? Ah, nur eine Erklärung von ein Camp und so, bla bla bla, was weiß ich. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ist nicht so wichtig. Ich nicht so wichtig. Ich will's ja nur versuchen auf 100% durchzuspielen. Wenn ich's packe auf 100% mit. Alle Gespräche, alle Ellie-Witze, alle Gegenstände finden, dann schreibe ich auch 100% überall auf jeden Part. Sobald ich's wirklich schaffe. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich guck nochmal alles genau nach. Und wenn ich wirklich alles gefunden hab. Und alle Gespräche gemacht hab. Und, und, und. Dann schreibe ich überall 100%. So. Okay. Wir sind da. Ja, würde ich auch sagen. Also die Teile auftunen und sich selbst auftunen, das zählt jetzt nicht für 100%, würde ich jetzt sagen. Deswegen, merkt euch das. Okay, ich würde aber erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal. Okay, wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.